Der Mensch wird im Buch Hyo als Made beschrieben. Das ist ein etwas ekelhaftes Bild, aber lassen Sie uns die Made als Metapher benutzen. Jemand ging in die Welt der Maden und sagte zu ihnen, die Leute haben diese seltsamen Metallteile. Daraus erklingt eine angenehme Musik und erstaunliche Dinge geschehen. Wäre es möglich, sich solche Dinge in der Welt der Maden vorzustellen? Auf keinen Fall. Als Jesus nach dem Himmel gefragt wurde, sagte er, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Durch den neuen Bund werden wir die Erlösung erhalten und in herrliche himmlische Engel verwandelt werden. Zu dieser Zeit werden wir entdecken, wie wertvoll diese Verheißungen waren. Die Segen, die in den 66 Büchern der Bibel aufgezeichnet sind, sind jenseits aller Vorstellungskraft. Es ist unmöglich, sie mit Worten zu beschreiben.